Guten Morgen, guten Morgen! Heute spreche ich in Deutsch. Es gibt viele Dinge, die man lernen muss. Wenn man, wie ich, zur Volkshochschule geht. Wir haben sieben Bücher. Wir haben sieben Bücher. Nicht so gut für mich. Nein, wir haben sieben Bücher. Wir haben sieben Bücher. Bücher. Und es ist wie in der Bibel. Wie ist in der Bibel? Sieben Trompeten. Sieben Trompeten. Von Jericho. Von Jericho. Und so Tönen. Und so Tönen. Diese Bücher. Diese Bücher. In meinen Ohren. In meinen Ohren. Gib es sieben. Sieben. Kapital. Sünden. Sünden. Gib es sieben Farbe. In E-Mail. Legenbogen. Legenbogen. Genau. Und über sieben. Sieben Kapitals. Ah, ok. Ja, das habe ich kurz gesagt. Kurt. Nein. Und jetzt erkläre ich alles auf Deutsch. Was haben wir gesprochen? In Spaniel. Ja. Ah, bueno. Die Leute verstehen. Jetzt lesen. Jetzt lesen. Sieben K muster. Sieben 19. Kaś im Szi. Women Para me 공 senden. Jemenke. Um. A-Mail. A-Mail. лиo. A-Mail. A-Mail. B-I-F-ائ honor. Bruger. Bah, muchísimas Fluten. El E-Men. B-I-F-T-G-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I. porque ya acaba el curso es uno que se llama Prüfungs es la palabra que cuando la profesora menciona la palabra Prüfung y todo el mundo le cambia la cara una cara de angst en español quiere decir terror de ansias Prüfung es una chaneport es una palabra muy bonita ¿qué significa? test examen no te quiero poner nervioso no te quiero poner nerviosa ¿sabes por qué? porque yo estoy nerviosa la primariosa la primariosa está nerviosa la primariosa está nerviosa así que por favor si conoces a alguien que va a tener su examen de alemán compártelo este video cheers oh feel yourself cheers 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 Vielen Dank.